In den vorangegangenen Clips hat man sehen können, was überhaupt ein Gantt-Diagramm ist, was Openbroi ist, wie man damit Gantt-Diagramme aufbaut. Und jetzt möchte ich auf verschiedene Verknüpfungsarten noch eingehen. Als erstes hätten wir hier oben die Normalfolge. Also wenn das Dokument fertig ist, dann kann man drucken. Hier geht der vorangegangene Vorgang voraus, der muss abgeschlossen sein und dann kann man erst zum nächsten übergehen. Das heißt, hier haben wir hier ganz normal die normale Verknüpfung. Vorgang ist zu Ende, nächster Vorgang geht an und hier haben wir eine Ende-Anfang-Verknüpfung. Beim nächsten Beispiel, angenommen, zwei Gruppen sind im Rahmen von der Projektprüfung zum Preisvergleich bei einer Markterkundung in zwei verschiedenen Baumärkten und beide Gruppen fangen gleichzeitig an, aber eine Gruppe braucht vielleicht länger. Dann kann man sagen, das ist die Anfangsfolge, beide beginnen gleich und hier kann man dann sagen, okay, der Vorgang ist drei und dann aber Anfang, Anfang. Das Ganze sieht dann so aus, also die Gruppe fängt an, die nächste Gruppe fängt an, nur die erste Gruppe, die braucht halt etwas länger. Beim dritten Beispiel ist es umgekehrt, da spricht man von Endfolge, also vom Ende zu Ende. Hier ist es so, also ich möchte zum Beispiel einen Seriendruck machen. Ich kann also schon im Vorfeld hier die Datenquelle, das Hauptdokument vorbereiten und während ich das Hauptdokument vorbereitet habe, kann ich nebenbei oder jemand anderes die Datenquelle entsprechend zusammenbauen. Das braucht vielleicht nicht so lange, aber letztendlich, wenn ich den Seriendruck dann durchführen möchte, brauche ich diese Datenquelle. Hier kann ich also sagen, der Vorgänger ist fünf und das ist praktisch eine Ende-zu-Ende-Verknüpfung. Das bedeutet, beide Vorgänge hören gleich auf. Also ich brauche auf alle Fälle eine abgeschlossene Datenquelle, damit ich hier diesen Seriendruck dann beenden kann. Die letzte Möglichkeit, die wir haben, ist die Sprungfolge. Also nehmen wir an, ich habe die Projektmappe, die ich dokumentiere schon die ganze Zeit, kann die aber letztendlich erst abschließen, wenn die Durchführung vom Projekt auch schon stattgefunden hat. Und hier ist der Vorgänger sieben und da haben wir dann Anfang-zu-Ende-Verknüpfung und dann sieht das Ganze so aus. Ist ein bisschen wirr. Hier würde ich sagen, muss man das nicht unbedingt machen. Vielleicht sagt man dann eher, okay, ich habe hier die ganz normale Normalfolge. Ich fange mit der Dokumentation eines Verlaufs an. Dann habe ich die Durchführung und zum Schluss wird nochmal entsprechend abschließend die Anhänge für die Projektmappe gesammelt. Dann habe ich die Durchführung und zum Schluss wird nochmal ein bisschen abschließend die Anhänge für die Projektmappe gesammelt.